Die Ausstellung Trauern in der Hamburger Kunsthalle leistet einen wertvollen Beitrag zur Enttabuisierung der Themen Sterben, Tod, Abschied und Trauer. Die Körperstiftung selbst möchte mit ihrem Projekt Leben mit dem Tod den Tod als Thema zurück ins Leben holen und besprechbar machen. Nur wenn wir über den Tod sprechen, können wir uns bewusst werden, was wir eigentlich für eigene Wünsche haben, was für eine Haltung wir haben und können somit auch selbstbestimmt mit unserem eigenen Sterben und unserem eigenen Tod umgehen. Dazu brauchen wir aber das Sprechen darüber, die Auseinandersetzung. Dass die Kunsthalle dafür einen Raum gibt, um der breiten Öffentlichkeit diese Möglichkeit zur Auseinandersetzung zu geben, begrüßen wir als Körperstiftung ganz ausdrücklich und unterstützen das sehr gern.